So, ein frohes neues Jahr gewünscht. Es geht los, erste Folge 2021. 2020 ist vorbei, wie geil ist das? Mit Satisfactory, was sonst? Und wir drehen los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem Ragnar. Und mit dabei ist heute der liebe Schabernack. Er sagt nur nicht hallo. Ah, da kommt er doch noch. Er ist ein bisschen schüchtern heute. Und ja, der wird mir hier ein paar Sachen anschließen. Und passend zum neuen Jahr habe ich mir gedacht, wir fangen mit dem Projektabschluss an, oder? So, ein neues Jahr ist immer cool für sowas. Und für euch ist ein neues Jahr, für mich ist noch 2020 dieses Drecksjahr. Aber das hat jetzt bald ein Ende. Und deswegen machen wir jetzt hier quasi Jahresabschluss und bringen jetzt endlich die Bahnstrecke ans Laufen. Und natürlich unsere Computerfabrik. Ich bin dafür bei der Bahnstrecke bei. Kai macht die Kabellage. Und hat gerade schon ein bisschen Ressourcen zugeführt. Und ja, wir gucken jetzt schön, dass wir die Bahnstrecke einmal hier wunderbar um dieses fix von mir vorbereitete Lager herumziehen. Ich weiß noch nicht ganz, ob das was rührt. Das ist tatsächlich mehr so ein Versuch als alles andere. Aber wir schauen mal. Ich glaube, ich muss da noch einen rauf, aber das können wir gleich sehen. So unten, ne? Wollte ich nämlich mit der Zugstrecke hier rum, da rüber und dann langsam runter spiralen, sodass wir hier Richtung zurück können. Ich habe keine Ahnung, wie ich dann endgültig zurückkomme, aber es wird sich einen Weg finden halt. Ich habe mir extra eine Treppe gebaut, um ich nicht ganz so weit laufen muss. Tada! Wunderhübsch. Jetzt fahre ich hier noch dreimal die Treppe runter, weil ich das immer mache, weil ich hier noch keine Wand gezogen habe. Kriege ich noch die nette Stimme aus dem Off Kitty Charington, die mich wieder beleidigt. Ist Michi einig? Ja, Michi ist einmal nicht da, muss das ja andere übernehmen. Ah, das war herrlich. Ja, also wer es nicht gesehen hat, die letzte Folge Grounded mit Agro Michi war ein Fest für die Ohren. Sollte man sich unbedingt nochmal geben, wenn man es nicht gesehen hat. Und jetzt gucke ich erstmal... Ist das für mich okay? Ich glaube, das ist für mich so okay. Führen sie da rüber? Und ja. Der Agro Gowski war ein Fest für die Ohren. Alle hatten ihren Spaß, außer mir. Wie immer. Aber naja. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier verschlimmbessern. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Ist tatsächlich so ein bisschen Experiment gerade. Zumal ich ja mit dem Bahnbau noch nicht so erfahren bin tatsächlich. Mal gucken, ist die hier gerade? Die führt schon leicht runter. Okay. Dann gehen wir... Versuchen wir mal nach hier zu kommen. Ich bin gespannt. Zack. Na, können wir da ran? Oh, kommen wir sogar ran. Ist ja bombastisch. Ach komm schon, ehrlich. Muss ich mir jetzt wieder einen Haufen Behelfsstützen hier bauen. Das nervt mich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen. Zeit für ein Jetpack. Der Herr Schabernack hat mich auch schon vollgemault, dass ich das endlich ans Laufen bringen soll. Oh, nee. Das ist ja... Das ist ja krümlich. Das will ich so nicht. Gucken wir einmal da. Wie das aussieht, wahrscheinlich nicht viel besser. Wie machen wir denn das? Organisation. Transport, da müsste es doch sein, oder? Da ist die Schiene. Jetzt komme ich da nicht ran. Aha. Komm schon, ey. Verdammte Kacke. So. Wieder zurücklaufen. Und jetzt kommt gleich Bahnstrecke zu lang. Wie, was ist das denn? Ich will ja nicht so eine Kurve. Spiel bist du doof. Okay. Das ist ja schon mal... Gewaltiger Mist. Gut. Also müssen wir uns da auch noch was überlegen. Okay. Okay, okay. Möglichst nicht in den Tod stürzen. Das wäre besonders wünschenswert. Wie hoch ist Plastik? Nee, wir müssen die flachen nehmen. Machen dann... Wie, ich habe keinen Beton mehr? Wieso habe ich keinen Beton mehr? Ja, du... Eben, hier ist was geholt. Dann hast du noch Wände gezogen. Ja, scheiß die Wand an. Verdammte Kacke. Immer die gleiche Scheiße. Ich könnte das jetzt wegschnipsen, aber ich schnipse das nicht weg. Ich will aus meinen Federn leeren. Müller bereite ich vernünftig auf die Videos vor. Und mache hier nicht so einen Scheiß. So. Oh nein! Und fall nicht runter beim Treppensteigen. So. Wie läuft es mit meinem Strom, Kai? Sau gut. Sau gut. Das ist ja sau gut. Ich mache das alles über Deckenverteilung. Überdecken? Oh. Du kannst auch die MK2 oder auch die MK1 kannst du ja direkt an der Decke montieren. Echt? Ja, ja. Die Wandhalterung. Die Wandhalterung kann man an der Decke montieren? Ja! Oh, tatsächlich. Oh. Nice. Das kam noch mit dem Update kurz vor Fixmask mit dem 3,5er quasi. Boah, das ist ja schön. Das wird ja fast gar nicht Zeit, dass das endlich eingeführt wird. Herrlichst. Nee. Nee. Ey, dass der einen angebrochenen Stack nicht auffüllt, wenn man mit STRG den ganzen Scheiß rüberholt, ne? Nervt mich so dermaßen. So. Und dann nimmt unser Bahnhof hier tatsächlich so ein bisschen Gestalt an. Unser Omni-Projekt. Computer und Bahnhof und was nicht noch alles. Ach ja, Lage auch noch. Du hast ja noch gar nicht alles mit zu Förderbindern versehen. Wie? Ich hab da nicht alles mit Förderbindern versehen. Ja, komm mal zu mich. Dann kannst du das gleich gucken, was du gemacht hast für Scheiß. Ach komm. Ja, warte, ich mach grad das, was ich hier mache, noch fertig. Ja, alles gut. Fertig. Und dann muss ich erst mal gucken, wo du bist. Mitten unterm Bahnhof. Ja, das dachte ich mir. Ich frag mich nur, wo genau. Da, wo Stromkabel runtergeht. Okay, da sehe ich Stromkabel. Da sehe ich Kai. Hallo. Hallo. So, wo sind keine Förderbände? An der hinten. Hier an den... Da geht... Doch, natürlich. Geht doch da... Was? Ne, hier doch nicht. Da. Hier. Ja. Ähm... Doch. Doch, auch als Fehlerbänder. Okay. Von da hab ich einen Anzeigefehler. Und ich kann hier einfach durchspringen. Echt? Naja. Naja, alles gut. Jetzt stehst du drauf. Bei mir zumindest. Ja, das ist richtig. Ja. Und wo kannst du durchspielen? Warte. Wo sollte denn eins sein? Also hier die drei. Ja, da auch eins. Da. Da fehlt hier zwischen. Da fehlt eins. Ja. Okay, bin ich bei dir. Und guck mal auf der anderen Seite. Dass er jetzt auch eiskalt nicht gebaut hat. Und auch... Achso, wegen dem Ding. Okay. Kein Ding. Und auf der anderen Seite. Da fehlt auch eins. Ja. Ich danke dir vielmals. Hat er recht. Äh, herzlich. Aber das ist ja viel weniger fehlen, als ich jetzt erwartet hatte. Ja, ja. Ich wundere mich halt nur, weil hier nichts ankommt. Aber, äh, ja stimmt. Hier kommt viel mehr noch. Was kommt ja noch? Hier kommt viel mehr. Ja, alles gut. Ich hab, äh... Aber hier kann ja auch noch gar nichts ankommen. Ich bin auf der anderen Seite auch noch nicht gewesen. Ich wollte gerade sagen. Da kommt ja noch gar nichts. Bin doch auch nichts produziert hier. Ach, er macht mich schon ganz kirre, bevor es angefangen hat. Gut, ne? Ja, super. So, jetzt hab ich hier die Schnelle natürlich Moonpits gebaut. Tinnif. Quasi aus... Gut, ich hätte mir hier noch eine... Ich baue mir jetzt erstmal eine Leiter hin. Zack. Damit ich hier nicht ständig hin und her rennen muss. So, wesentlich schneller. Zack. Dann sind wir wieder da. So. Dann ziehen wir nochmal... Jetzt nochmal eine Zugstrecke drüber. Oh, die hat aber auch... Meine Güte. Moment. Wie man das mal anders? So. Oder noch besser? So. Und dann... Kommen wir hier ran? Ne, kommen wir nicht ran. Scheiße, noch eins. Das hier ist schon mal mistig. Pure shit. Dann... Setzen wir mit der Schiene mal da hinten an. Kommen wir da hin. Und führen das bis hier hin. Ne, dann haben wir Glitch. Glitch wollen wir nicht. Ha! So geht's. So. Dann kommen wir erstmal hier hin. Sehr schön. Und jetzt müssen wir langsam runter. Äh, komm her. Äh, so, so, so. Ich brauche jetzt mal einen Überblick. So, so, so. Reich mir das einen Überblick? Ja. Da will ich noch nicht unten sein. Dann will ich erstmal da hin. Gucken wir mal. Nehmen wir hier ein schickes kleines Fundamentteil. Wo auch immer es ist. Da ist es. Ja, bis da runter ist, glaube ich, ein guter Anfang. Dann schauen wir mal, wo das hier hingedreht. Was ist denn dein Auftrag jetzt? Da wirst du mitten durchgehen oder was? Willst du mich rollen? Was ist denn das für ein Tinnif? Okay. Offensichtlich ist die Rundung der Schienen ansonsten eine andere. Hm. Unschön. Wir kommen da aber nicht hin. Jetzt wird da nochmal ein hin. Und gucken wir mal, wie gut wir hier rumkommen. Immer noch nicht gut. Ach, das ist doch scheiße. Ich nehme das nochmal weg. Dass man die Bahnschienen nicht drehen kann, ist ein bisschen assi, ne? Ja. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Da kann man kein Stück so eindrehen, wie man sie haben will. Was sagt er jetzt? Kurve der Bahnstrecke zu scharf. Jetzt mal ganz ehrlich, wie bauen die Leute denn Spiral, wenn ich hier um ein drei-fundament-dickes Ding nicht vernünftig rumkomme? Das schmiert mir ja glatt und rätseln. Dann können wir so machen, dann können wir uns das hier sparen. Und dann können wir hier ein bisschen runtergehen. Zack, zack, zack. Und wenn wir dann das Ganze... Okay, das ist einfach nur zu steil. Und das ist zu eng. Boah, hier kann man nicht mal in Ruhe abreißen, wenn man hier so rumfuscht. Wieso rumfuschen? Was sind das hier wieder für wilde Vorwürfe? Ja. Ne, das ist doch nicht haltbar, bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dass es haltbar ist? Ne. Ja. Keinesfalls. Kann gar nicht sein. Ne, ich baue so akkurat. Ja, ja. Ja, immer. Ja. Immer und überall. Okay, Moment. Das geht so nicht. Ziehen wir das einfach mal so hier lang. Das meint, dass man immer diese Behelfststücke für die Eisenbahn bauen muss. Das ist doch scheiße. Und dann haben wir wieder so ein krummes Ding inzwischen. Ist das okay? Ich gucke mir das mal an. Wohl ist doch... Ah, wo fall ich hin? Ach, in den Garten Eden. Alles gut. Hey. Ja, ich habe mir hier so ein kleines Biotop gebaut. Ja, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. So. Wir gucken uns das mal an. Wie sieht denn das aus? Eigentlich ja ganz okay. Ne. Falsch herum. Scheiße. Frau, läuft dein Gerät jetzt eigentlich? No. No. Scheiße. Wollte ich dir noch mal... Aber wie hast du denn hier die Glasfundamente reingeglitscht? Wo reingeglitscht? Ne, hier so. Hinten rein. Ich komme mal zu dir. Ja, ich habe auch ein paar Förderbeinne abgerissen. Ja, super. Wenn du so wieder ran baust, das wäre gut. Ja, ich baue sie dir mal fix wieder hin, damit du weißt, welche ich abgerissen habe. Okay. So, was ist denn... Was passt denn hier glitchmäßig nicht? Hier waren Glasfundamente. Ja. Tu nur Licht auf. War. Ja, pass auf. Das ist ganz easy. Du musst erst das Fundament bauen und dann die Förderbände. Ja, hatte ich vor. Das ist ja schon wieder lang, Alter. Dieser blöde Wichser. Den habe ich heute schon dreimal einen verblättet. Alter. Geht er mir auf den Sack. Ab, ey, Junge. Mach dich vom Acker. Irgendwann hau ich den Tod. Einfach so. Na gut, jetzt kannst du... Mach du mal gleich deine Glasfundamente wieder hin. Ja, aber die kann ich ja jetzt nicht hinmachen, weil hier ja jetzt wieder Förderbänder sind. Ja, dann mach dich doch wieder weg. Ja, aber das ist doch dein Auftrag hier nicht meine. Wieso bin ich denn jetzt hier zuständig? Weil du dir das zurecht geschummelt hast. Ich habe mir das überhaupt nicht zurecht geschummelt. Das ist hier 1A. Ja, aber sowas von. Ach komm, am Arsch. 1A nicht so vorgesehen. Klar. Siehst du doch. Wenn es geht, ist es vorgesehen. Wieso kann ich denn jetzt hier keinen... Ach, weil ich hier auch noch Förderbänder liegt. Ach komm, leck mich doch. Siehste? Siehste? Hättest du mal nicht so rumgeschummelt. Weißt du, bloß weil man laut ist, hat man nicht recht. Hm. Hm. Ja. Ich würde behaupten, in meinem Beruf sieht das anders aus. Aber okay. Ja, in deinem... Nee. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch da nicht der Fall ist. So, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie die Förderbänder lagen, Alter. Ich sehe es schon kaum. Die funktioniert nachher gar nichts. Was soll ich da sagen? Sind die Glasfundamente jetzt fertig? Ja, sind fertig. So, mach dein Scheiß alleine. Das sieht gut aus. Jo, vorsichtig. Hab ich auch gebaut. Wieder einmal. Jo. Jo. Willst du was anderes behaupten? Nein, nein. Na siehste. Wieso ist denn hier unten... Nee, 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 nee. So, jetzt ist wieder hübsch. Ach, erstaunlich schrecklich. Meine Güte. Also, Bahn bauen ist ja die Pest. Also, ich liebe ja Züge, wenn sie fahren, ne. Aber, ey, bis du die so weit hast und dass das aussieht, also nicht aussieht, als wäre das absolut der Müll. Das ist echt, das ist schon zu scharf. Komm schon, ey. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und nicht ständig vor diesem Zugangst haben muss. Das ist so ein Müll, ey. Äh, Wende brauchen wir dafür. Und wir brauchen dafür diese Wende. Zack, 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 jetzt machen wir das so. Dann brauchen wir hier die Beschissmasche von Yoshi. Sieh, da geht es schon weiter, Beschissmasche. Ja, aber das ist eine coole Beschissmasche. Muss man ihm leider lassen. Da war er, Kai, Lukas. Ne, also es ist ja physikalisch möglich, was ich hier so jetzt... Und dann führt da so ein Gitter lang. Kann man hier nicht runterfallen. Kann man hier trotzdem unterfallen. Da haben wir das selber Förderband gebaut, das passiert nichts. Und das ist doof. Hä? Warum konnte ich denn da jetzt durchlaufen? Was ist denn das für ein Tinnif? Warum hat das jetzt hier keine Kollision? Wupp, unten nochmal runter. Wattenscheiß. Leck mich fett. Ja, ich nehme alles zurück. Yoshi hat doch... War doch nicht so cool, was er sich da ausgedacht hat. Ist schade, aber ist so. Ich versuche es mal so rum. Zack. Wenn wir das denn da hinsetzen, bringt das überhaupt nichts. Scheiße. Das ist Mist. Das ist großer Mist. Na gut, dann müssen wir Scheiben hin. Hilft ja nichts. Wände. Dann haben wir die überall genommen. Dann nehmen wir die hier weiter hin. Und hier nochmal. Ja, klar. Geht nicht. So. Und dann geht mir das auch schon wieder auf den Träger, dass man das dadurch sieht. Aber so rum ist auch scheiße. Manchmal nervt mich dieses Spiel. Warum werden so eine scheiß Bögen eingebaut, wenn man die Fundamente dadurch sieht? Das ist doch scheiße. Absoluter Mist. Und obendrauf wesentlich bauen. Sieht auch scheiße aus. Aber muss ich jetzt? Dann muss ich mir was Schönes überlegen. Das sind so die Kleinigkeiten, die mich manchmal in dem Spiel mal nerven. Ich könnte es höher bauen. Das wäre eine Option. Aber das will ich eigentlich nicht. So. Jetzt muss ich mir den Schädel mal nicht hier raufkriegen. Gut. Das geht noch. Das ist schon mal was wert. Dann. Wieder Schienen drauflegen. Jetzt passt das gar nicht. Tült mit der Krümmung wieder nicht. Die Frau wird auch gerade zur Weißblut gebracht. Super. So. Bis. Na. Sind wir schief? Sind wir gerade. Sind wir gerade. Schief gerade. Schief gerade. Schief gerade. Schief gerade. Gerade. Sehr schön. Läuft. So. Jetzt gehen wir da hoch. So. Ich habe mal was zusammen gepuzzelt. Ich hoffe, es funktioniert. Okay. Ich hoffe, die Dings funktionieren dann auch noch. Ja. Die ganze Verhandlung. Herrlich. Wäre total schön. Wahrscheinlich nicht. Super. Das ist ein schöner Auftrag für 2021. Ich finde den Fehler. Ja. Super. Werde ich wahrscheinlich das ganze Jahr dran sitzen. Fängt das Jahr schon so scheiße an, wie es andere aufgehört hat. Super gut. Ich freue mich da jetzt schon. Ich freue mich mit Förderbändern. Ja, ja. Warum habe ich das jetzt weggerissen? Ich kriege die Zugstrecke doch gar nicht so eng da rumgerissen. Scheiß noch eins. So. Dann sind wir schon mal auf der Höhe. Fährt er schön rum. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwie müssen wir hier hinkommen. Bahnstrecke macht eine zu scharfe Kurve. Ja, ach, Logo. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Du geniales Spiel. Ich könnte sie auch hier rumführen, oder? Warum führe ich sie nicht hier rum? Weil hier ein Baum steht. Und weil ich die Zugstrecke sehen will. Ich mag Züge. Und hier ist er. Ja, Yoshi. Ja, aber die mag er ja zu Recht. Nee, das sieht scheiße aus. Ich will die hier vorne lang haben. Wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Ja, vorne und zu erzählen wir das nochmal. Hm, ich könnte. Dürfte, wollte. Nehmen wir mal nochmal sowas hier. Zack, zack, zack. Und dann setzen wir da einfach mal ein Fundament drauf. Reißen das da drunter weg. Und dann gucken wir mal. Na, ist das eine Kurve, die du machen kannst, du blöd dazu? Ja, na siehst du mal. Und dann Schuh draus. Bis zum Mittel. Ist ja wunderbar. Es ist so befriedigend, wenn es so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. So, jetzt haben wir hier natürlich... Eigentlich müssten wir hier auch noch höher sein. Hm. Wie macht die das? Boah, das ist eine Idee. Die Idee finde ich auch klasse. Boah, super. Bier. Pass mal auf. Setzen hier einfach. Zack, zack. Die hier lang. Zack. Sieht erstmal strange aus, okay. Na, wir schauen mal. Dann gehen wir hier hin. Ja, schön hier auf die Mitte. Das passt gut. Glitscht das irgendwo durch? Das glitscht nicht durch. Sehr schön. So, und dann... Ziehen wir das... Ja, schön hier sauber auf die Mitte. Wo wir können höher gehen. Ah, dann passt das wieder nicht. Wie haben wir denn eine Höhe da? Das ist doch eigentlich nur ein Fundament. Wieso ist da... Wieso geht der Backup? Ist doch Quatsch. Nur um dann wieder hochzufahren. Macht überhaupt keinen Sinn, Spiel. Das macht null Sinn. Höher, um dann wieder hochzugehen. Behelfen wir uns halt. Na, was maulte ich der PC voll? Wir sind auf der Faktion-Ebene. Ah. Die Frau experimentiert mit Photoshop. Blüm, blüm. Ich glaube, er möchte, dass du die andere Ebene anwählst. Ist nur so eine Vermutung. Ich glaube, du wirst da nicht drum herum kommen. Okay, hier haben wir eine Krone, die wir nicht wollen. Ich kann mich hier erstmal wegwarten. Ziehen wir hier die Schiene hoch. Gut. Ich überlege wirklich, ob ich das hier einmal alles angehoben mache. Dass man hier drunter durchlaufen kann. Ich glaube, das wäre fast eine gute Idee. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Dass wir hier quasi nochmal an die Ebene reinziehen. Hm. Weil Bahnstrecke auf dem Boden ist komisch. Das ist echt hoch. So, du hast bei den Geräten, nämlich den Konstruktoren, gar nicht die Rezepte ausgewählt. Das ist ja... Onkel Müller. Das ist ja schadhaft. Unwesendlich. Mögt ihr das ändern, Onkel Kai? Ja, ich muss jetzt mal gucken, was da hier überhaupt dran kommen muss. Wir sind Kabel, das ist schon mal gut. Kabel sind gut, ja. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ah, hier steht der große Fabrikator. Er braucht... Ach, Schrauben. Das ist ja nicht so schwer. Das ist... Das lässt sich realisieren, möchte ich überhaupt nicht. Also, wir machen mal einmal so. Ziehen das hier bis ins Gestein rein. So. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier hingedeichselt kriegen. Hm. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann können wir nämlich... Okay, wie viel haben wir da? Oh Gott. Auf Flächehöhe haben wir die denn? Zack. Blödsinn. Blödsinn. Müller macht Blödsinn. Wie immer. Müller macht wie immer Blödsinn. Darum. Das ist ja voll für Müller. Ja. Absolut. Absolut. Wir können doch einfach hier hochziehen. So. Dann sind wir auf der Höhe. Wir wollen aber noch höher. Oh Gott. Bis hier oben hoch. Wie komme ich denn eigentlich zurück? Und was liegt da rum? War ich da schon? Waren wir da schon? Gute Frage. Nächste Frage. Das ist ja auch eine schöne Festung hier oben. Und dahin müssen wir nachher runter. Glaube ich. Ne. Da haben wir so lange. Und da wieder zurück. Oder nicht? Oder doch? Boah. Ich hätte die Strecke mal ein bisschen planen sollen. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee gewesen. Dann würde ich hier nicht quer durch die Wallachei bauen. Hm. Wie stellen wir das denn am dümmsten an? Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig stellen wir das an. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. So. Ich glaube, das ziehe ich hier komplett bis nach oben. So. Das werde ich denn alles nochmal mit Pfeilern abstützen. So, Meister Müller. Ja, deine Computer werden gebaut. Das ist ja herrlich. Dann können wir jetzt wirklich Bahnstrecke ausbauen. Und wir das jedes Mal wieder nachfrickeln müssen. Aber die werden halt noch nicht abgenommen, ne? Ja, dann hast du ja gleich den nächsten Auftrag. Ab ans zentrale Verteilersystem. Hättest du mal die Fresse gehalten, wa? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Ich habe aber nie gewusst, was ich meine. Eine so riesige Fabrik für einen einzigen Fabrikator bist du wahnsinnig, ey. Ja. Moment, Moment einmal. Was hast du, Neddy? Möchtest du sein Logo böse oder richtig böse? Möchtest du sein Logo böse oder richtig böse? Ich verstehe die Frage nicht. Richtig böse. Danke. Seidem Job entsprechend. So. Zack. Wir haben ja einen Schuh draus. Ich meine, die sind sinnlos lang, aber ich glaube, ich mag's. Aber wie bin ich denn jetzt auf diese Krümmung gekommen, wenn die doch... Wenn die doch ganz anders läuft. Hä? Wie ist denn das passiert? Wie ist denn das passiert? Das sieht ja... Das ist scheiße. Mist. Warum ist das so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wieso ist das Ding farbig? Wie ist das passiert? Neddy kämpft mit Photoshop. Dumm, 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 dumm. So. Jetzt gucken wir wieder mal. So. Und jetzt können wir das bitte parallel haben. Das wäre viel, viel schöner. So. Noch mal einen drauf. Und dann... Zack. 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 So. Warum ist die Wand da einfach zu Ende? Das ist ja auch Tinnif. Ah. Weil das Gebäude da zu Ende ist. Ah. Ja, das macht Sinn. Erklär mir doch mal, wie du hier... nachher noch mehr Kunststoff hinbekommst. Wie ich da mehr Kunststoff hinbekomme? Ja, weil hier läuft gerade ein Container einfach leer, der nicht nachgefüllt wird. Äh, mit dem Zug. Turf, turf. Turf, turf. Der ist eigentlich auch angeschlossen. Oder sollte angeschlossen sein. Wenn nicht, stieß einen der Container vom Zug an. So. Jetzt haben wir es aber die beiden hier dran. Und dann... ...hab ich, glaube ich, schon eine tolle Idee, wie wir das nachher hier am Ende ziehen. So. Bis nachher hier oben. Wieder ganz durch. Zack, 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 zack. Aber so viel sinnlose Bahnstrecke. Super gut. Das ist so ineffektiv. Das wird genial. So, und dann brauchen wir die hier. Ziehen wir dann auch einmal komplett drüber. Zack, bis in die Wand rein. Und ja, hier dann entsprechend noch ein Stückchen drüber. Hier werden wir dann am Ende noch ein Trüppchen hinbauen. Aber erst mal ist das so in Ordnung. Bisschen Design-Kram. Ist doch mal schön. Nicht hier effizient immer nur Fabrik bauen. Nein. Einfach mal Schick bauen. Oh, ich hoffe, das glitscht da nicht. Und die ist nicht zu hoch. Das wäre echt ätzend. Wir schauen mal. So. Warum habe ich jetzt nicht gleich eine... ...Bahnstrecke mitgebaut? Weil der Müller ein Idiot ist. Wie wir alle schon gelernt haben. So. Und dann noch bis hier. Gut. Nein, nein, nein. Bis hier. So. Das löppt. Dann können wir den Kram jetzt zwischen nachher wieder wegnehmen. Und bauen uns dann nur so eine Stützdinger rein. So. Und bauen wir nicht das hier alles schon gar nicht mehr. Huh. Das war knapp. Da bin ich fast mit ohne geflogen. Na. Nicht ganz so viele. Wir bauen mal alle 5er. Gucken wir mal 1. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier kommt einer hin. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Da kommt einer. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre hier der nächste. Da weg. Da weg. 1, 2, 3, 4. Scheiße. Dann machen wir was anderes. 1, 2, 3. Echt jetzt? Das geht nicht. Ich kann nicht unter den Gleisen lang bauen. Ich kotze im Strahl. Ich kann die Gleise drauf bauen, aber nicht drunter. Oh. Ätzend. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Oh. Mein Hirn ist dazu nicht mehr in der Lage. 1, 2, 3, 4, 5. Das da. Das weg. So. Dann bleiben die da. Die verschwinden. Die verschwinden auch. Was los, Frau? Lass du mich aus? Was denn? 1, 2, 3, 4, 5. Was? Kai, darf ich dir was mitteilen? Ja. Hat ne die gerade rausgefunden. Was denn? Wenn man deinen Nickname googelt, ne? Wenn man quasi direkt zu Philipp Amthor verlinkt. Okay. Vielleicht solltest du dein Nickname überdenken. Nein. Nein, auf keinen Fall. Gab es dich vor ihm hier. So. So geht's auch. Okay. Okay, hier soll nachher Kunststoff ankommen. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das ist gut. Ey, ich muss hier gerade auch den ganzen Müll nachvollziehen, ne? Wieso unser? Nein, nein, nein. Von mir aus. Nur auf meinen Mist gewachsen. Ich dachte, der Bahnhof habt ihr zusammengebastelt. Nee, Bahnhof hat... Was hat dabei? Den Bahnhof hat Dings alleine gebaut. Jo. Und wir gehen jetzt gerade um deine komische Verkabelung. Ach so. So. Was kommt da hin? Hier sollte mal... Okay. Oder ist mal hier. Hä? So. Dann haben wir das hier ins Gestein rein. So, das kommt wieder weg. Das geht bitte bis hinten durch. Oh, jetzt bin ich ganz runtergeflogen. Scheiße. Okay, also deinen leeren Container können wir einfach abreißen. Meinen leeren Container? Ja. Ja, möglich. Da, wo vorher mal Plastik drin war, der wird ja gar nicht mehr befüllt. Weil wegen ist so. Weil wegen ist so. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Das kommt ja, sollte ja eigentlich dann vom Dings kommen. Genau, da war nämlich ein Fusionator. Oder steht ein Fusionator, der sowohl von deinem Bahnhof als auch von dem Container das Förderband speist. Ja, siehst du. Ja, dann ist das wohl so. So, Lagercontainer abgerissen. Okay, jetzt ist es eh endgültig, möchte ich behaupten. So. Willst du noch damit, dass der Quatsch? Nee, das ist richtig. So. So. So bereiten ist der ganze Spaß. Und hier gilt das Gleiche. So. Und. Der Hund tut sich gerade wieder an der Toilette gütlich. Hm, nom nom nom. Besonders lecker. Und jetzt bauen wir da einfach easy so eine Stützen heran. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und dann haben wir eine easy Hochbahn. Zack, zack, zack. Das passt ja nicht. So. Jetzt muss ich dich wegreisen. Nee, ja, ich kann dich wegreisen. Sehr schön. Das heißt, ich kriege hier auch die Wand ran. Seht ihr wohl? Da will ich raus. Zack. Und das gleiche machen wir auch nochmal. So, einmal runter rum. Zack. Bis unten runter. Und da sind wir eh im Gebäude drin. Sehr schön. Wobei ich hier eigentlich ganz gerne noch... Na klar. Schaff's. Ah, okay. Wenn der lang gezogen hätte ich. Ich hoffe, das stört nachher nicht irgendwie beim Hochklettern. Aber müsste eigentlich das Ende vom Gebäude sein. Da dürfte nichts im Weg sein. Sehr schön. Dann läuft hier jetzt wunderbar. Und der Zug erstmal nach oben. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir zum Öl zurückkommen. Ich glaube tatsächlich hier. Sehe ich da gerade Bahnstrecke? Oder sind das... Wir gucken einfach mal. Gehen wir doch mal ein bisschen auf Wanderschaft. Was hat denn die Uhr jetzt? 41 Minuten. Alles noch grün. Sag mal, was soll denn von deinem Nebenlager nach einem Bahnhof landen? Siehst du dieses Türmchen, wo die Gleise drunter durchführen? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe das ja gerade nachverfolgt. Ich weiß, dass vom Nebenlager was kommt. Genau, da laufen auch Förderbänder durch. Das kommt von ganz oben. Da, wo eigentlich geschreddert wird bis jetzt noch, weil das die Endstation ist. Läuft dann, die Schredder kommen quasi weg. Die schreddern dann nur noch den Überfluss weg. Und dann kommt da quasi nochmal ein Abzweig gen Bahnhof. Quasi ein intelligentes Blätter hin. Ja, ja. Der das Ganze denn zum Bahnhof bringt. Dann bauen wir jetzt hier mal alles um. Ja, super. Sehr schön. Naja, du möchtest ja, dass deine Computer da ankommen, wo sie hingehören. Wir möchten dieses Nebenlager. Nee, 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 nee. Die müssen, äh, dann muss ich vielleicht gleich einmal zu dir kommen, warte. Sollen die in den Bahnhof? Nee, auch nicht. Gibt es eine weitere Verbrecher? Verabrikationshalle? Nein. Das bitte ich noch viel mehr ankotzen. Oh, das wird super. Da wusste ich gleich noch. Geneigt, dir ganz viele Kisten auf der Map zu hinterlassen, nämlich einfach die halbe Fabrik abreißen. So. Äh, was? Äh, vielen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit ihm. Wir entlassen ihn dann aus unseren Diensten. Nein, ich komme, warte. Scheinreich mir völlig. Ach, du mit deinen Schwingkram gleich wieder, ne? Nur schon. Wir müssen hier besser. So, pass auf. Ich wollte dir eh mein Abfallcontainer zeigen. Mh, komm mal zu mir. Ich bin am großen Überdachungsgebäude hier quasi. Da war ich gerade. Ja, da bin ich jetzt auch. Schön. Ich sehe dich, glaube ich, in Hobsen. Oder ist verstaubt. Ah, der ist her. Da kommt der. Hättet ihr euch nicht gesehen. Hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Ich mache Licht an, aus. Licht an, aus. Ganz oft, ich sehe dich nicht. Echt nicht? Nenn doch mal weil er gerade aus. Gerade aus. Halte ich leicht rechts zu den Säulen rüber. Säulen. Jetzt zwischen die Säulen rein. Zwischen die Säulen. Bisschen geradeaus noch. Geradeaus. Jupp, jupp, jupp. Und dann guck mal hier links. Ja. Hier ist quasi der zentrale Zufluss zum Nebenlager. Und wenn du hier reingehst, in die Tür rechts. Aha. Ist hier auch der zentrale Abfluss zum Hauptlager. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ne. Ich stehe genau hinter dir. Sprich. Man könnte hier einfach einen zwei, äh, hier einmal wegreißen. Zack. Ne. Und dann hier zwei Förderbände draus machen. Und dann hier fusionieren. La 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 la. You know? Ne. Pass auf. Ähm. Ja, mach mal vor. Wie, mach mal vor. Hier kommt nachher nicht ein Band, sondern zwei Bände. Ne, gar nicht. Wir können ja hier unterirdisch rangehen. Von unten. Von unterirdisch. Ja, 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 ja. Ne. Führt hier dann Band lang. Bis hier hinten. Hier kommt ein Fusionator hin. Ja, Fusionator. Ne. Wo die Computer ran gehen. Okay. Also wir sollen einfach auf das rechte Band hier drauf. Genau. Ne. Alternativ, äh, kannst du die auch, ne, kann man hier schlecht einspeisen. Zum Container hin. Ne, aber theoretisch könnte man sie auch an den Container ran bringen. Das wäre auch wurscht. Gut. Ist der gute Mann wieder beschäftigt. So. Jo. Wir machen jetzt was ganz anderes. Erstmal schön, dass wir Computer haben. Wir düsen jetzt einmal rüber. Zu unserer kleinen Plastikfabrik. Und werden einfach den Weg von da aus mal versuchen nachzuvollziehen. Also, ich bin mir noch nie sicher, ob wir überhaupt da ankommen, wo ich hin will. Das ist ein bisschen doof. Ne. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal wieder mit Prügel um die Welt. Das wird spitze. Denn ich glaube, den Weg, den ich jetzt gleich nehmen werde, bin ich noch nie gelaufen. Also, wenn jetzt erstmal fleißig Menschen verkloppt. Oh, und hier wollte ich den Zug auch noch anders legen. Oh, Mann, der Fresse. Das wird heute nicht fertig. Ich sehe das schon kaum. Ne, ich will nämlich den Zug hier an der, den man jetzt gerade nicht sieht, sehr schön, an der Bergflanke langlaufen lassen. Quasi an der Brücke und dann darüber. Ne, weil jetzt läuft er hier durch die Villa Pampa. Das finde ich irgendwie auch assi. Ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also, sagen wir mal so. Unterirdisch wird hier ja nichts, ne? Wieso? Ist da kein Platz? Ne. Ne, dann gehst du oberirdisch ran. Geh die Welt auch nicht von unter. Okay. Also, du kannst es im Zweifelsfall sogar durchs Läden ziehen. Die Bänder. Damit die nicht ganz so viel außen rum laufen. Wenn du einen Weg findest, das ist halt gar nicht so leicht. So. Was haben wir hier schon mal wieder? Was haben wir hier schon wieder? Hier steht groß Computer dran. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ja, das ist schön. So. Jetzt gehen wir nochmal. Also, von hier kommt nachher dazu. Tchaka tchaka tchaka. Oh shit. So, soll dann hier runterlaufen. Hier rum und hier hin. Und dann wollte ich hier durch. Und dann mal kicken, wo wir ankommen. Oh, na super. So ein Plasma-Wieser. Wenn ihr das sehen könntet, was ich gerade sehe, ne? Mein Beschmuh, oder was? Boah, ich habe hier gerade so einen fetten Plasma-Spucker. Das ist unschön. So, das war es mit ihm. Oh Gott. Vielleicht hast du den schon wieder versorgen, ey. Wieso glaubst du an irgendwelche imaginären Figuren? Das darf hier kein Mensch sehen. Niemals, jemals. Niemals, jemals. Da muss ich da gleich mal hinkommen. Damit ich sehe, was du meinst. So. Ich meine nichts. Gar nichts. Wir flitzen hier hoch. Und wir müssten so halb rechts hier lang eigentlich. Dann müssten wir doch eigentlich... Straight und noch so ein großer. Und Schnecke. Juhu. Oh, ein paar mehr Stücke. Ne, sind die klein. Alles cool. Aber drei Stück davon. Ja. Zwei weniger. Uah. Ja. Schneckchen. Uh. Batterien. Hallo, wer hat die Batterien? Von wo bin ich jetzt gekommen? Ich bin von da unten gekommen. So. Das heißt, wir müssen hier hoch. Jetzt müsste ich eigentlich auch gleich mal... ...langsam meine Brücke sehen. Tue ich das? Oh, ich komme hier raus. Das ist ja auch irre. Viel weniger hoch, als ich gedacht hätte. Und vier weiter hinten vor allem. Das ist ja abgefahren. Noch eine Schnecke. Das lohnt sich ja richtig, die Folge hier. Der Müller geht auf Wanderschaft. Abgefahren. Dann fängst du singen. Das Wandern ist das Müller. Das ist hier alles im grünen Bereich. Nicht blöd. So. Irgendwo berührt mich jemand an. Ach da. Na klar. Das war noch auf den Arsch. So, und jetzt finde ich von hier aus garantiert niemals den Weg zurück. Aber das ist ja auch nicht so der Weg, wie ich mir vorgestellt habe. Was ist das denn da? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin da am Arsch der Heide. Da ist der lila Wald. Wenn wir jetzt hier weiter rennen. Ich muss noch eigentlich. Kraftwerke der Hölle. Wo ist denn Hell's Gate? Bärchen. Oh, ich bin hier viel zu weit rüber. Das ist ja ätzend. Oh, nochmal drei Stück gleich. Oh, shit. Oh. Hubala. Kommt hier, Gewexel. Oh. Da habe ich auch noch mal angeguckt. So, wo ist der dritte? Da ist der dritte. Kacke. So. Ruhe. Scheißviecher. Meine Herren. Ich inhaliere. Viel besser. Also die Inhalatoren, die lohnen sich ja krass. Finde ich ja erstaunlich. Ne, ich hätte ja gedacht, äh... Ja gut, die füllen ein bisschen mehr Leben auf. Aber für das, was sie kosten, eigentlich ziemlich cool. Also ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. So, wenn da mein... Da hast du die Brücke. Okay. Ich könnte ihn dann doch über die Brücke laufen lassen. Hm. Aber das will ich eigentlich nicht. Das will ich eigentlich nicht. Eigentlich will ich dann hier lernen. Gut, also müssen wir hier den Weg hoch. Gott, da muss ich ja mal eine ganze Menge planieren. Das geht ja der, wie du das gestrüppchen hast. So. Wander, Gott. Wander. Lieber nicht. Schade. Ich dachte, da wäre nochmal ein Lisse gewesen. Lüffe. Viecher. Tote Viecher. Sehr, sehr tote Viecher. So. Dann würde ich doch einfach mal... Oh, da ist noch ein Schneckchen. Ich habe hier echt zu wenig erkundet. Scheiß noch eins. Nochmal zwei Viecher. Ja. Oh, der hat mich noch nicht mal bemerkt. Arme Sau. Geht ja direkt auf den Arsch. So, das heißt, ich muss dann hier lernen. Zu meinem Schneckchen. Oh, nochmal ein Asi. Ruhe. Oh, das ist ein großer, oder? Ja, das ist ein großer. Ruhe. Ich hätte auf jeden Fall den ganzen Winger ausgehalten. Hui. Gut, dass ich meinen kleinen lieben Totschläger dabei habe. So. Boah, aber was für ein Umweg es ist. Hilfe. So, hier durch. Macht das Sinn? Ah, dann landen wir hier unten. Das ist doch hier oben irgendwo auch... Da hinten ist die Brücke erst. Ach, leck mich fett. Da muss es noch bessere Wege geben. Das ist ja auch gefühlt dreimal so lang wie der andere Weg, den ich nehme. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, hier ist die Brücke. Ah, okay. Das ist ja... Nicht so klug. Hm. Dann sind wir hier wieder rausgekommen. Dann können wir den Zug hier irgendwie lang jagen. Dann müssten wir... Ne, müssten wir nicht. Gott. Was? Das habe ich schon wieder oben. Habe ich das gar nicht mitbekommen. Aber das ist ja auch cool. Oh, wie geil ist das denn? Ich bin aber in der Nati-Stufladen gegangen. Ach so, natürlich so runter. Oh, hier muss ich eigentlich einen Zug durch haben. Schlussprinzip. Wie geil ist denn die Höhle? Ja, das ist doch eine richtig schöne, natürliche Tunnelformation. Wie geil ist das denn? Aber wo komme ich denn jetzt raus? Hilfe, noch eins. Ich verlaufe mich hier gerade edendig. Also ich weiß, dass ich irgendwo zwischen meinen beiden Bahnhöfen bin. Ah, hier. Okay. Ich bin auf jeden Fall da rausgekommen, wo ich rauskommen wollte. Das ist ja schon mal gut. Ja, könnte man so meinen. Irgendwie zumindest. Es lebe die Landmarke. Aber da wäre es ja fast fixer, das hier lang zu schicken. Oder bin ich gleich wieder bei dem Strand, wo ich eigentlich nicht hin will. Aber offensichtlich hin muss. Na ja, gut. Dann muck wieder so. So. Das heißt, du wirst hier noch ein bisschen erweitert. Schön. Jetzt bin ich, glaube ich, eine Viertelstunde durch die Gegend gelaufen. Und bin jetzt wieder da, wo ich, äh, angefangen habe, quasi. Aber. Ich habe nebenbei noch einen Wrack gefunden, das ich jetzt erstmal plündern kann. Das ist doch auch schön. Endlich mal wieder eine Festplatte. Kriegen wir die noch aufgenommen? Ja. Wo ist denn der blöde Container? Abwurfkapsel. Ach, hier war ich doch schon dran. Scheiße. Ah, hier liegen noch Stahlträger rum. Das ist ja schön. Und was? Noch mehr Schnee. Ansonsten nix. Schade. Schade, schade. So. Jetzt versuchen wir hier mal irgendwie einen 45 Grad Winkel reinzuteichseln. Aber nicht mit den Fundamenten, da haben wir die ganze Zeit andere gehabt. Dann nehmen wir jetzt auch andere. Nämlich die hier. Ja, das müsste hinkommen. Die sind tatsächlich zu hoch. Scheiße. Oh, Frickel, Frickel. Ich hasse es. So, bisschen runter. Da kam der Klick zu früh. Mist. Oh, wenn man sich so Hilfslinien ins Level hauen könnte, das wäre echt geil. Ja. Na, ist das eine Länge, mit der ich leben kann? N. Das ist ja minimalistisch hier. Na, wir gucken mal, ob wir es besser hinkriegen. So. Gucken noch Mühe weiter runter. Ja, das könnte genau die Mühe sein. Hammer. Boah, das ist ja, das schließt ja super geil ab. Das ist ja nur ein Quant von nichts. So, dann machen wir jetzt einen Bogen draus. Zack. Da kriegen wir keinen Bogen draus. Hm. Das ist schade. Dann kriegen wir doch einen draus. Zumindest einen kleinen. Hm. So, so. Und dann nochmal. Na, wo sind sie? Den dahinter. Zack. Und. Zack. Dann. Ach komm. So, so, so. So, so, so. Und weg damit. Zumindest einen kleinen Bogen. Das ist ja ganz cool. So. Herrlich. Dann jagen wir da jetzt das Gleis rüber. Boah. Ist das jetzt nicht. Ach, warum hast du denn hier mit Double Ramps gearbeitet? Kurz oder lange Antwort? Ach, nee. Einfach nee. Hab's ja angeboten. Ich hab's ja angeboten. Ach, sch***. Ach, sch***. Ach, sch***. Ach, fixer. Ach, denn. Ich reiß es einfach ab. Du willst unterirdisch. Ja, ich will unterirdisch. Also, dann soll es auch hübsch werden. Und dann reiß ich jetzt halt ab. Na gut. Als hätte ich eine Wahl. So, so. Und dann so. Da ist ja denn schon der. Nee. Ganz unschön. Nee, so will ich das nicht. Wieso will ich das nicht? Hm, wir kriegen das jetzt nicht gedeichselt. Ich hab das beim letzten Mal gemacht. Dumm, 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 dumm. Wahrscheinlich so. Und dann so. Und dann so schon mal nicht. Scheiße. Dann so. So. Dann das abgerissen und dann dieses Scheiß hineingebaut. Und das passt doch glatt wieder nicht. Ätzend. Nochmal einen drunter. Und. Passt es immer noch nicht. Leck mich doch. Scheiß, noch eins. So. Dann passt es. Sehr schön. Und dann kommen die da noch. Zack. Und da auch so einer hin. Aber so. Herrlich. Herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Moment. So. Und dann da ran, bitte. Wie. Wie. Ange. Ja. Nein. So nicht. Ja. Wunderbar. Das passt alles. Dann muss der da ran. Und der da ran. Und dann morbe den. Tada. Alles sitzt wie es soll. Herrlich. Mit einem wunderschönen Bogen mit einer Landschaft. Das könnte ich mit denen da nicht auch noch machen. Ich könnte da so Bogen drunter dran flanschen. Das wäre auch noch eine coole Idee, glaube ich. So. Jetzt auch mal gucken, wo hier die Mitte ist. Na los. Ach komm schon. Elendiger Scheiß hier. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja gut. Können wir hier mit dir machen. Zack. Dann müssen wir hier. Und mal gucken, was er mir sagt. Oh. Kurve passt tatsächlich sogar. Das ist super. Das ist ja der Shit. So. Dann können wir nachher hier runter düsen. Wo auch immer wieder hinkommen. Kommen wir garantiert wieder zum Strand. Wo ich eigentlich gar nicht hin will. Aber das ist mir dann auch scheißegal. Ich glaube Sinniger lässt es sich nicht lösen. Dann suchen wir uns von da lieber einen Heimweg. Dann haben wir wieder hier. Ich bin eigentlich gar nicht langwollt. Ach. Mann ey. Ich muss mir da echt was überlegen. Und ich glaube, das werde ich vor der Kamera tatsächlich nicht hinkriegen. Denn die Stunde ist mal wieder rum. Die Folge ist mal wieder vorbei. Und die Computerfabrik läuft auch nicht zum neuen Jahr. Wie ätzend ist das denn? Wieso Computer läuft. Ja. Computer läuft. Aber wenn Computer keine Rohstoffe kriegt, läuft Computer nicht. Ja. Es fehlt Plastik. Richtig. Und dafür versuche ich ja eigentlich gerade zu sorgen. Und das Plastik auch läuft. Jo. Jo. Aber irgendwie. Nö. Hättest du dein rundes Lager nicht so ungefähr acht Meter höher setzen können? Warum? Weil das mit Unterirdisch definitiv nichts wird. Moment. Das gucke ich mir nochmal an. Okay. Ich habe erstmal bisher Gleise gelegt. Bis hierhin ist das auch ganz schick. Und halbwegs so, wie ich das haben möchte. Und dann komme ich jetzt erstmal zu dir. Tü-tü-tü-tü. Ich glaube, ich sehe schon das Loch, in dem du verschwunden bist. Bestimmt. Was ist das hier? Jo. Hier laufen auf jeden Fall schon ab Bänder lang. Da ist er doch. Hallo. So. Und was ist denn dein Problem? Was ist das Problem? Naja, dass ich nicht an deine Fabrik komme. Oder an deinem Nebenlager vorbeikomme, um da Bänder oder Böden einzureißen. Dann könnte man ja theoretisch auch... Weil hier sehe ich einen Pfeiler. Hallo Püppi. So. Okay, jetzt komme ich hier wahrscheinlich nie wieder raus, weil ich hier gerade unter etwas drunter geslide. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ja, Kind ist da. Ja, hast du gecheckt, dass ich jetzt auch hier... So, gerade wäre mir fast das Kind vor die Kamera gesprungen. Ups. Da bin ich wieder. So. Ähm... Ja, alternative, alternative, alternative. Alternative ist doch einfach hier lang. Ich kann ja auch einen Turm bauen. Was, du willst einen Turm bauen? Ich kann ja auch einen Turm bauen. Nee, wo ist ein Turm? Ich mag aber Türm machen. Nee, ich mag Türm. Guck mal. Scheiße. Du möchtest hier unten lang. Nee, hier oben. Ey, was, wo? Du hast jetzt hier Löcher gebaut. Ja. Hier und das Wasser. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, hier mitten und so. Achso, ja, aber guck doch mal, wo wir denn ankommen. Kommt ihr das bekannt vor? Jo, äh, warte mal, ich muss aber an den linken dran, ne? Du musst an den Rechner ran. Natürlich musst du an den Rechner ran. Das ist kein Problem. Das ist gar kein Thema. Das kriegen wir. Ja, aber hier ist ja genug Platz, um das irgendwie lustig hinzulegen. So, ich mach das einfach hier und ich hatte hier hinten sowieso ein Spiel da gesetzt. Das machen wir mal ganz einfach. Okay. Wenn dir das das Leben erleichtert, ist das doch schon mal wunderbar. Das passt auch mal. Passt. So, wie dem auch sei, der Kerl und ich werden jetzt sicherlich noch ein bisschen weiter werkeln hier. Und bringen das hier zu einem befriedigenden Ende. Aha, befriedigend. Ja. Aha. Und ja, ich danke euch wie immer fürs Gucken. Ich guck der noch, wo mein scheiß Zug lang fährt. Ne? Ich find da noch irgendwie einen schönen Weg, der da hinten zu der blöden Basis läuft. So. So wollte ich das Jahr tatsächlich nicht anfangen, beziehungsweise das alte nicht zu Ende gehen lassen. Und ja, deswegen hab ich mich nochmal an den PC geschwungen. Hab hier noch Müll auf dem Schreibtisch liegen. Und, äh, ja, zeig euch jetzt das Ergebnis. Ich hab mich nochmal ordentlich reingehängt, hab nochmal ordentlich Gleise verlegt. So, dass wir im nächsten Jahr, beziehungsweise dieses Jahr jetzt endlich, äh, zumindest die erste Zugstrecke fertig haben. Und ich würd sagen, ich nehm euch aber mal ne Runde mit. Was haltet ihr davon, hm? Also, wir haben ja hier den altbekannten Kram. Ne, hier könnten wir mittlerweile tatsächlich, ich glaub das machen wir sogar noch. Wenn wir rechtzeitig zum Stehen kommen. Was ich anzweifle. Ja, kleines Stück zurück. Wenn dann machen wir's gleich richtig, ne? Ihr werdet nachher gleich sehen, ähm, es macht tatsächlich Sinn, dass hier zwei Strecken, äh, zwei Kurse drauf sind. Zwei Gleisabschnitte. So, einmal weg. Nochmal weg. Und. Whatever das ist. Stahl. Oh, so schön. Und einmal hier wieder angeschlossen. So, dann haben wir die Strecke gleich vernünftig. So, äh, ja, es macht Sinn, dass hier zwei Gleise liegen, denn das eine Gleis wird ja noch einen zweiten Zug beherbergen. Der dann unseren Sprit zu den Generatoren bringt. Wupp, wupp. Und, ja. Hier ist erstmal der altbestandte, äh, altbestandte, altbestandte, altbekannte Gleisabschnitt. Ne, wo wir auch unsere erste Runde gedreht haben. Ich musste den Bahnhof da hinten tatsächlich nochmal umdrehen. Weil das nicht gepasst hatte mit der, äh, Computerteil hinten. Beziehungsweise mit der Computerfabrik. Ne, was war es? Was Computer? Ja, Computerfabrik. Und, ja. Von hier aus können wir jetzt schön den Blick genießen über den Staudamm. Ich habe den Weg hier komplett umgelegt. Der führt jetzt hier lang. Ne, die Brücken sind nicht final. Die sind erstmal hingespaxt, sodass wir hier durchkommen ohne großartig Glitches. Ne, von Baumglitches sehe ich mal einfach ab. Äh, weil ein Zug drückt auch ein Asthma einfach beiseite. Ne, sowieso nicht. So, dann sind wir schon hier beim Bahnhof. Ne, ich finde es ganz cool, wie sich da drunter schlängelt. Der Schabernack fand das nicht so geil. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Hier bin ich mit dem Gleisverlauf tatsächlich auch nicht zufrieden. Ne, ihr seht hier sind noch die Behelfsteile. Ich möchte das alles ein bisschen smoother, ein bisschen sauberer die Kurven haben. Aber es ist überall so, dass wir drunter durchlaufen können und keine Probleme bekommen. Und bis hier sind wir ja eigentlich gekommen. Aber da der Weg war erstmal völlig falsch. Generell der Weg, den wir gelaufen sind, war völlig daneben. Ne, äh, der richtige Weg führt tatsächlich hier hinten lang. Und, ja, geht so ein bisschen durch die Bouchami. Hier wird die Abfahrt sein für den zweiten Zug. Da geht es zum Kraftwerkdings hin. Tatsächlich finde ich die Stelle hier ganz cool. Ne, mit den Pfosten im Wasser, mit den beiden Armen, die runtergreifen. Die einfach den Stil nochmal von der Küstenregion so ein bisschen aufnehmen. Und, ja. Ne, ich habe mich hier versucht, so weit wie möglich am Berg zu halten. Ne, wieder so ein kleiner Statik-Fimmel. Das hat aber keinen Sinn, wenn das mitten in der Luft ist. Ne, sondern wenn man sowas in den Berg hauen kann, haut man es in den Berg. Noch sinniger wäre wahrscheinlich, das da unten lang zu bauen, aber egal. Gut, und dann geht es hier wirklich ein ganzes Ende komplett durchs Nirgendwo. Ich habe es sogar geschafft, an der einen Ecke noch ein paar Gegner stehen zu lassen, die man sich dann jedes Mal angucken kann, wenn man hier vorbeifährt. Hier war es, glaube ich. Ja, ne, auch das Ding, alles provisorisch. Ne, noch nicht wunderhübsch, aber die Strecke funktioniert. Wir haben Plastik und wir kriegen, glaube ich, jetzt mal Computer. Das ist ja schon mal eine ganze Menge wert. Tatsächlich müssen wir hier dann auch schon anfangen zu bremsen. Denn hier geht es echt relativ steil ab. Ich wollte nochmal ausprobieren, ob man hier überhaupt, ob die Züge hier überhaupt hochkommen. Ne, ihr seht, ich bin hier die ganzen Wege am bremsen. Und komme gerade mal hier zum Stehen. So, was wir jetzt noch mal angucken, wir fahren mal ein paar Meter weiter. Wir sind wieder am Anfang. Es geht doch relativ flott, muss ich sagen. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Knapp, nicht mal fünf Minuten. Spitze. So, und jetzt versuchen wir mal rückwärts da hochzukommen. Ich weiß gar nicht, ob der Zug rückwärts genauso schnell fahren kann wie vorwärts. Ist aber auch lax, weil wenn wir rückwärts hochkommen, kommen wir auch vorwärts hoch. Nun, es ist wirklich alles gerade so, dass man da nicht irgendwie durchglitscht. Oh, Kotzgrenze. Er kämpft. Das ist auch hier so ziemlich die steilste Stelle, die wir in dem Kurs haben. Aber wir kommen hoch. Sehr schön. Das hatte ich tatsächlich noch nicht ausprobiert bis eben. Und ab hier geht es wieder nur noch bergab. Gut, also Ramsey, das wird Spaß. Sehr schön. Der andere Zug, der dann... Gib mal Gas hier. Gib Gas, habe ich gesagt. So, voll um 10 Megawatt. Und ab geht's. Der andere Zug, der dann hier auf dem anderen Gleis fahren wird. Haben wir jetzt gerade das falsche Gleis genommen, kann das sein. Egal. Wir stellen hier nachher so ein, dass die vernünftig fahren. Alles cool. Beziehungsweise heute nicht mehr, aber das können wir uns dann für nächste Woche aufsparen. Und der andere Zug soll ja dann nachher... Uh, bremsen wir gut. Ficke schnell. Den Treibstoff ranbringen, den wir bei Zeiten mal da unten ranlegen müssen. Und ja, jetzt können wir uns einfach nochmal fröhlich das irgendwann mal Lager angucken. Demnächst wird ja hier schon der Plastik einrollen und der Treibstoff einrollen. Wie ich das hier herbringe, muss ich nochmal schauen, dass das nicht ganz kacke aussieht. Aber, ja. Die Strecke steht. Ist das nicht geil? Ich finde es toll. Endlich ist es soweit. Und ja, bevor ich hier lange rumschnacke, sag ich nochmal frohes neues Jahr. Schön, dass ihr weiter dabei seid. Ich freue mich tierisch. Und ja, auf ein erfolgreiches 2021. Und ich gebe jetzt an meinen Vergangenheits-Marcus ab, der das gleich nochmal sagt. Also, bis dann. Reingehauen. Und ja. Dank euch jetzt erstmal wie immer fürs Zugucken. Haut ein paar Kommentare rein. Willkommen im Jahr 2021. Lasst uns das Jahr besser machen als das Jahr 2020. Sollte nicht so schwer werden. Und, ja. Angenehme Woche. Ach nee, Wochenende. Ist ja Samstag. Eh, angenehmes Wochenende. Bis denn dann. Reingehauen. Euer Ragnar Bertoltzson. Und Kai, willst du auch noch was sagen? Ja, macht's gut. Ach, das war kurz und knackig. Ciao. Ich bin ein Bauer. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit.